Hasenspiel, Tipp 2. Ich möchte meinen 7x7-Würfel endlich auf, verdammt. So, nein! Ziehhase, los! Zieh! Ding, ding, ding! Oh nein! Was mache ich damit? Wenn wir so durchdrehen und die ganze Zeit weiter machen, kriegt's auch einen kleinen Score. Ah, es ist viel schwuler und tragischer, wenn ihr da runterfallt. Weil eure ganze Glockensammelarbeit hinüber... Oh ja, der Schwung macht echt nul. Oh ja, der Schwung macht echt nul. Ich werde trotzdem die eine Million Punkte erreichen. Weil ich das weiß. Ah, nennen wir es Ehrgeizigkeit. Oder wenn's das Wort gibt, ich bin einfach ehrgeizig. Ich gebe nicht auf, dass ich das habe, was ich will. Beziehungsweise... ...es habe. Oh, mein Haus rutsch ab! Mein Haus rutsch ab! Oh, mein Haus rutsch ab! Ich hab die Mülle geschafft! Mein Ziel ist erreicht, meine Damen und Herren. Mein Ziel ist erreicht. Aber ich werde weiterspielen, bis der Parts Ende ist. Denn sonst ist es langweilig. Vielleicht knacket der Neukoller nochmal. Ach, schön! Ich bin zufrieden, ich kann ruhig schlafen gehen. Ich bin zufrieden, ich kann ruhig schlafen gehen. Das ist, wenn diese Glocken immer links-rechts fliegen. Das heißt, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts. So, dass ihr nur einmal kurz abrutscht oder zu weit springen und ihr seid schon tot. Ich hab Hunger auf Lebkuchen jetzt. Oder Zimt. Zimt und Lebkuchen. Oh, heiße Schokolade. Oh, geil. Das wäre schon sehr toll. Nein, was tue ich denn da? Ich hätte doch in Ruhe auf das nächste springen können. Ich hab's aber nicht mal gesehen, weil ich geschielt habe. Das hat so eine scheiß... Augen sind dumm. Fählen wir grad mal so aus. Na, natürlich, aber klar. Aber klar. Aber sieh da doch. Wär's mir natürlich, wenn ich 10 Millionen schaffen würde. Natürlich, ne? Ist ja... ...glaub ich... ...logisch. Oh nein. Nein! Ich war doch dran! Nur weil diese hässliche Maus nicht mit hergegangen ist. Die... Ich hab's mal... D... ...haha... 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 Ja, da kann ich ja probieren, meinen... ...Rekord zu brechen. Natürlich per Videoantwort, ne? Wer es schafft, der bringt eine tolle Preise. In Klammern gar nichts. Warum gar nichts? Weil ich nichts habe. Was ich verschenken könnte. Und auch keine Zeit habe, etwas zu verschicken. Aber Crazy Coon. Was denn? Das dauert auch nur eine Minute, so eine Scheiße zu verschicken. Das ist mir doch egal. Du bist ja ein Penner. Na und? Arschloch. Ich deabonier dich. Na und? Ich finde deine Wille ist aber trotzdem toll. Also lass dich da. Sehr zuvorkommt. Nein! Das war ein Leck. Das war ein übler Leck. Ach Gott. Das war ein Leck. Okay. Oh, es war... Nein! Ja, dieser Leck, das ist so schwul, Mann. Schwul! Meine Fresse, fick dich doch, du hüllst ja Dreckhase, Mann. Ich brate dich. Ich reiße dir die Ohren ab, zertritt deine Füße, bevor du stirbst. Nein, er ist so süß, das kann ich nicht machen. Ich hab mal ein Video gesehen, da hat ein Freak eiskalt von einem Jonskow gespielt, ohne einen Vogel zu benutzen. Recht ihm aus, wie viele Glocken er braucht, Alter. Das sind... Was war das? Wie rechnet man das aus? Sekunde, Sekunde. Wie viele Glocken braucht man, wenn für jede Glocke, die man holt, zum 10 steigt und man auf eine Million kommen will? Das ist eine schöne Frage, eigentlich. Das ist bestimmt einen ganz logischen Rechentrick. Über jeder eine Logikfrage. Obwohl, kann das als Logikfrage gelten? Ich glaube, das ist eher eine Mathematikfrage. Auch wenn ein bisschen Logik dahinter stecken könnte. Ich weiß es nicht, ist zu spät zum Nachdenken. Die Glocken scheinen mir sehr klein zu sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ganz weit oben sein schon. Ich habe keine Ahnung, wie weit oben ich bin. Ich habe auch keine Zeit, da hinzugucken. Wenn ich sonst wieder ganz zufälligerweise runterknarre. Da kriege ich mich einfach mal für die Score, die ich jetzt machen werde. Und jetzt habe ich gerade ganz zittrige Hände. Weil ich so cool bin, dass ich jetzt so einen hohen Score schaffe. Denke ich mal, das wird sein. Okay, natürlich. Ich habe die Eulie verpasst. Ich habe unglaubliche 18 Mille. Nein, 17 Mille. Schade eigentlich. Auf jeden Fall sehr hoch. Ja, ich habe meinen Score gebrochen. Ich bin zufrieden. Mehr will ich gar nicht. Nein. Nein. Wird jemand kommen und sagen, Spiel doch lieber Luigi's Adventure 4. Ist meine Antwort. XD. Warum XD? Weil ich keinen Bock auf das Spielen habe. Und es ist viel zu spät, es ist anders zu spielen. Spiel doch sonst auch immer um 4 Uhr oder 5 Uhr. Ja, da waren auch Ferien. Ach so, tut mir leid, Mann. Kein Problem. Bald sind die Herbstferien. Dann geht es wieder rund mit auf. Aber nicht nur das. Was heißt denn, nicht nur das? Was heißt, nicht nur das? Es wird etwas anderes geben. Und was? Weiß ich noch nicht. Habe ich eine Kugel, die ich gucken kann, um etwas zu sehen? Ja, weißt du nicht? Ich verkaufe Luftballons im Kindergarten für 10-Zenter-Stück. So arm bin ich. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Das Spiel gehört in die Kategorie Ich mache süchtig und mache Spaß. Aber ich bin ein Scheißspiel. Ja, natürlich, du verfickter Misthase, man, hättest nur noch rechts springen müssen. Ich stelle es lieber gerade, oder was, du Mist geworden, man, hey. Was haben wir jetzt hier denn noch kaum? Ja, das kann auch ein bisschen beschleunigen. Ich bin so cool, ich habe einen Bioshock 2 gekauft und es nur angesprochen und in die Ecke geworfen, weil es so ein Kackspiel ist. Wolltest du bei Schock 20 jetzt spielen? Ja, werde ich auch noch machen. Wie sind jetzt das dann Kackspiel? Weil es scheiße ist. Ich mache gerade Uels, das Feck. Ich werde gleich mal den kommenden Projekten anköpfen, wenn wir schon mal hier sind. Was ist hier die Beschreibung? Was für eine Beschreibung auf meinem Kanal? Ach so. Langweiler. Halt dein Maul. Du bist fies. Ich weiß, ich weiß. Ich würde ja gerne zurückschreiben. Ich habe gerade eine geschrieben, sie geht schlafen. Das kann ich jetzt zurückschreiben. Okay, aber auch nicht. Der letzte Versuch in diesem Part, wobei das auch der letzte sein wird. Von diesem ultra-enormen Erotik-Spiel, welches ich Hasen-Weihnachtsspiel nenne. Obwohl ich jetzt eher Hasen-Spiel, weil Weihnachtsspiel zu lange ist. Und wenn der Timer 50 schlägt, werde ich unterfallen, egal wie hoch ich bin. Oder so. Können wir noch ein paar Epic-Fails machen? Wow. Natürlich. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen hochkommen. Aber naja. Oh, leck das auf einmal. Übel pervers. Okay, mein Heißgut ist 17.860. 17.866.390. Ich wollte einen Jungen erreichen und ich bin sehr zufrieden jetzt. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr wohlkollt den Brechen schickt mir die Antwort, wenn er los hat. Aber nichts mehr, ist mir auch egal. Ah, dem Sie es eh beschreiben. Ehm.